Bist du krank? Nee, ich habe einfach nur Angst zu sterben. Das habe ich schon immer. Meinst du nicht, das wird nicht zu kurz für sowas? Was? Was ist denn mein Kärtchen? Ich bin der Dude. Ich warte auf dich. Noch ein letztes Wort? Aber ich will doch überhaupt nicht sterben. Schnell dich an! Riespult! 4.000 für das Team, das länger durchhellt, wer aufgibt, hat verloren. Wenn du das überlebst, kann dich gar nichts mehr umbringen. Schau an. Ein hübsches Pflänzchen. Pass auf, dass die nicht verwelken, so scheiße wie du aussiehst. Du kennst sie? Der Tod kennt sie alle. Ich finde, du hast voll schön getanzt. Du hast doch gar nicht richtig hingeguckt. Ich habe ein ganz komisches Gefühl in der Brust. Es ist richtig warm. Das ist dein Herz, du Prätze. Stürbst du wirklich bald? Vielleicht schon meiner Störung. Dann ist die Frage, was machst du mit der Zeit, die noch bleibt? Der Tod geht nicht mit leeren Händen nach Hause. Und ihr, wir sehen uns auch noch.